Hallihallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Zombie Abschlachtens aka Left 4 Dead 2. Ich bin da wo ich beim letzten Part aufgehört habe und ich mach einfach mal weiter. Wie ich schon im letzten Part gesagt hatte, ich habe einen Witch gehört. Und die werde ich jetzt suchen. Oh, die ist... Die ist nahe, die ist richtig nahe, die ist richtig nahe, die ist richtig nahe. Ah, ich weiß nicht, ob das alles aufhört. Die werden wir wohl brauchen. Ich nehme die Tabletten. Ich höre die wirklich. Verdammt nochmal. Oh, die ist aber so süß, der hat so eine schöne Stimme. Ich möchte die doch einfach nur trösten. Mach doch nicht so rum. Ich bin das nochmal. Ich bin das jetzt schon stimmt. Wie gehts genau hier raus? Ich bin das jetzt hier raus. Sie haben die, Knochen, es ist das so süß. Sie haben die Erleichtung. Ich bin das so richtig entfernt. Ach du Scheiße! Bitte! Bitte! Mach dass es aufhört! Ich! BANZAI! Langweilig! Hahahaha! SAVE nenn ich sowas, nicht langweilig! Egal! Hier, der spritzt auch mit seinem Swag! Wir sind richtig! Wir sind richtig! Das gefällt mir! Oh! 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 Immer dieses Surprise, motherfucker! Ja! Weiß nicht! Also er hatte ja schon was gedauert! Wir sind richtig richtig! Ne! Ja! Slap! Slap! Ich find's aber lustig wie die Models, also wie die Zombies sind trotzdem noch einfach ganz normal zum Beispiel hier so am Gitter stehen als wenn sie nicht gewesen wären Lade nach! Da geht's hoch! Ja! Mein Schatz soll ein bisschen leiden zu tun! Wuuu! Tacho! Lade nach! Lade nach! Leave! Musst! Da. Da. NINJA MODE! NINJA! ..Ninjaaaa! Längeweilig.. Längeweilig in der Zombie Aprop hood Yo Sor accessed.. Ich. Ich verarzte dich. Ja, dann verarzte mich eben. Was? Was? Was ist dein Problem, ne? Hier gibt's kein Schicken. Äh, nee. Erstmal kurz wir checken. AK. Immer geil. Find ich cool. Ich nehm ne Knarre, wegen wir gelten. Ich nehm ne Knarre, wegen wir gelten. Gewehre. Ist gut. So, dann ist hier noch ein Medikall. Ich hab Verbandzeug, falls ihr was braucht. Ich brauch noch eins. Ähm, ja, die habe ich aber eh noch bei. Ähm. Ja, nehm die Laserkarte. No body. Aber bleibe, Cola vergessen. Mein Angebot. Wenn ihr aus dem Laden drüben Cola besorgt, Mache euch den Weg zum Einkaufszentrum. Okay. Das macht doch endlich mal Sinn. Ein Mann und sein Appetit. Wir machen das schon. Aber dann musst du uns auch helfen. Ab geht's, Jungs. Äh, nein. Na kommen Sie! Save all the co- Ich schmeiß auch immer die Cola so hoch. Ah, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Ich kann spinnen. Ja, genau. Ah, warte mal. Gib mal kurz. Problem Officer. Lade nach. Ich lade nach. Moment, ich muss nicht ziehen. Okay, ab geht, Jungs. Los weg jetzt. Ich will doch nur ne Cola ausliefern. Was ist euer Problem? Egal, ich baff's dem Obo. Ah! Ich muss den Zuschauer ein Action bieten. Ich muss den Zuschauer ein Action bieten. Nein, tun sie nicht. Ich lass mich auch in Ruhe. Nimm die Cola! Mann! Nicht mal die Cola-Filler. Nimm die Cola jetzt! Ey, ich weiß gar nicht was ich von mir wollen, wenn die nicht die Cola wollen. Ey. Ich weiß gar nicht was ich von mir wollen, wenn die nicht die Cola wollen. Ey. Ich hab das voll die coole Idee. 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 Geh schonmal vor Cola! Cola für den Typen! Los weg jetzt! Ach, das war schon alles schade. Lade nach. Ich lade nach. Hab die Cola! Hab die Cola! азыв'r gar nicht! Du gehst ab! Hab die Cola! Tatsächlich! Tatsächlich! Das ist so ein bisschen ein cooler Stärkung! Ah ja! Oh, es ist ein Wettbewerb! Oh, es ist ein Wettbewerb! Yeah! Jetzt heil mich jetzt mal selber! Weiter geht's! Ja? Was? Achso! Okay, dann würde ich sagen... War das jetzt schon der dritte Part? Sehen wir das positive Fazit des Parts! Der Homo hier hat seine Cola bekommen! Und wir können uns jetzt weiter auf den Weg machen! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzusehen! Ich hoffe ihr seid auch nächstes mal wieder mit dabei! Und stay tuned! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020